Also, so funktioniert es mal wieder nicht so richtig. Also ein bisschen was an die Hand geben, womit Sie eventuell Hausaufgaben kontrollieren können oder womit Sie auch ein bisschen was fürs Leben lernen. Und zwar möchte ich Ihnen fünf Programme gerade vorstellen. Geht es in zehn Minuten und dann ist es wieder gut. Und zwar einmal wirklich Simulationsprogramme, die auf Spice basieren. Spice heißt ja eigentlich Gewürz auf amerikanisch. Steht hier aber für Simulation Programme with Integrated Circuit Emphasis und ist von der University of California at Berkeley in den 70er, 80er Jahren entwickelt worden und ist so im Prinzip die Mutter aller Simulationsprogramme für Schaltkreise. Darauf basierend gibt es jetzt so verschiedene Geschmacksrichtungen von Programmen. Zeige ich gleich ein paar davon. Da möchte ich was zum Thema Mathematik sagen. Da zwei Programme darstellen, also letztlich Number Crunching-Programme, Mathematik-basierte Programmiersprachen sind das und dann noch so ein bisschen so ein webbasiertes Applet zeigen und Ihnen auch zeigen, wie man da hinkommt. Fangen wir mal an mit dem LTSpice. Das ist natürlich hier nichts. So, jetzt wird es was. Jetzt muss ich es nur noch finden auf meinem Bildschirm. Da unten war es doch. So, also das ist so ein typisches Schaltprogramm, Schaltkreisprogramm. Das wird Ihnen im nächsten Semester, ne, im nächsten, doch im nächsten Semester in der Elektronik auch noch detaillierter vorgestellt. Das ist von der Firma Linear Technologies rausgebracht worden. Deswegen heißt es LTSpice. Ist ein wirklich sehr gutes Simulationstool. Ist nicht Open Source, ist aber frei verfügbar. Wenn Sie LTSpice googeln, finden Sie das auch. Und was Sie da letztlich machen, ist, Sie zeichnen irgendwelche Schaltkreise, geben Parameter für die Schaltkreise an und dann sagen Sie ihm dann Punkt OP. Das ist so eine Spice Directive, heißt das. Also es ist ein Simulationsbefehl, den Sie dem Ding geben müssen. Und da heißt so viel wie, berechnen wir den DC Operation Point, also analysieren wir nach Gleichspannungsgesichtspunkten diese Schaltung. Und wenn man dann zum Beispiel hier so eine Run-Taste drückt, dann kriegt man nach einer gewissen Zeit das Ergebnis. Und das Ergebnis hier, für die, die sich jetzt schon mit Spannungsteilern beschäftigt haben, ist natürlich, wenn ich hier eine 1 Volt Spannung habe und hier 2, 2 Ohm Widerstände, dann halbiert sich das gerade in der Mitte. Das heißt also hier an diesem Punkt, das ist der, da muss man ein bisschen raten, habe ich gerade 0,5 Volt. An diesem Punkt hier habe ich gerade 1 Volt und es fließt ein Strom mit einer Stärke von 0,25 Ampere. So, das kann man aus der Tabelle daraus schließen. Bitte? Wie kann man die Symbole auf die Internationalen erstellen? Weil das sind ja die amerikanischen Symbole. Bei dem hier wüsste ich es nicht. Ich habe es auch noch nie vermisst. Also, das ist ein völlig ungeeignetes Programm, wenn Sie daran denken, dass Sie Schaltkreise dokumentieren wollen und dass Sie die eventuell auch irgendwie darstellen wollen, arbeiten oder so. Das ist kein Schaltkreiszeichenprogramm. Das ist ein Simulierungsprogramm. Ja, ja, das sieht einfach richtig Mist aus, wenn Sie jetzt so einen Screenshot vom Spice nehmen und den in irgendeine Arbeit reinpacken. Das sieht nicht gut aus. Also, wenn Sie da so ein bisschen ästhetisch, also, und das, dann ist das, der amerikanische Widerstand das kleinste Problem. Also, wenn Sie so ein ästhetisches Gespür haben und einen schönen Schaltkreis malen wollen, dann müssen Sie einen malen. Dann können Sie nicht so ein Programm verwenden. Das taucht nichts dazu. Vielleicht das ist zur Simulation, ist das ganz gut. So, free and really open source ist KUX. Steht da oben auch mal. Q-U-C-S, Quiet Universal Circuit Simulator, ist, ich meine, von Darmstädter Studenten vor circa 10 Jahren angefangen worden zu entwickeln. Ist eigentlich auch nur so ein Simulationsprogramm, aber das ist eben wirklich open source. Das gibt es auch für Windows und Mac und für Linux natürlich. Und sogar der LT-Spice, den gibt es eigentlich nur für Windows. Der läuft aber auch auf Linux unter Wine. Wahrscheinlich tut das auch auf der Abfüllmaschine. So, ich habe hier auch schon mal was vorbereitet. Nehmen wir nämlich mal hier zum Beispiel die Temperaturabhängigkeit von dem Widerstand. So, dann haben wir hier eine ähnliche Schaltung, wie wir das eben hatten. 1 Volt, 2 mal 50 Ohm sind es jetzt. Hier musste ich jetzt die Knoten benennen mit U1 und U2. So, schön. Und dann habe ich eben auch hier gesagt, das, was eben das Punkt OP war, ist hier jetzt so eine DC-Simulation. Also, Sie müssen dem Schaltkreis natürlich sagen, oder dem Programm sagen, was er mit dem Schaltkreis machen soll. Ja, und dann habe ich hier noch die Temperatur ständig geändert. Das ist so ein Parameterdurchlauf über die Temperatur. Und hier muss ich eben nicht auf ein laufendes Männchen drücken, sondern hier drücke ich eben auf so ein Simulator, auf so ein Zahnrad. Und dann simuliert er mir das gerade. Und dann kommt auch nichts anderes raus, weil die Grafiken hatte ich schon vorbereitet. Natürlich finden Sie auch in dem LTSpice solche Grafikmöglichkeiten. Selbstverständlich habe ich Ihnen das so nicht gezeigt. So, was ist der Unterschied zwischen den beiden Programmen? LTSpice ist nicht Open Source, das ist Open Source. Der Simulations-Engine im LTSpice ist, würde ich sagen, etwas besser als in dem, als in dem Kyux, weil das ist eben von Amateuren gemacht und im LTSpice steckt eine ganze Menge dahinter. Die Überlegung hinter LTSpice ist aber eine Marketing-Überlegung der Firma Linear Technologies. Die stellt Operationsverstärker, Spannungsregler, alles Mögliche her, also integrierte Schaltungen her. Und deren Rational, also deren Überlegung ist natürlich mithilfe des Simulationsprogramms auch ihre Devices zu vermarkten. Das heißt, sie finden ganz wunderbar die Bibliotheken aller Linear Technologies-Bausteine im LTSpice. Die anderen einzubinden ist ein Tucken schwieriger. Geht aber auch. Also nur damit sie wissen, warum Leute ihnen so ein Programm schenken. Und das hier ist einfach so von Hobbyisten gebaut. Man kann natürlich auch mehr als nur eine Gleichspannungssimulation damit machen, aber das führt jetzt zu weit für die Vorstellung. Sie finden zum Kyux auch ein kurzes Anleitungsvideo von mir, also wie sie so eine erste Schaltung damit aufbauen und wie eine erste Simulation machen, auf YouTube. Ist auch verlinkt übers Moodle. Also finden Sie auch, wenn Sie sich damit beschäftigen möchten. Sehr gerne. Es gibt, das ist das Schöne dabei, es gibt Ihnen immer so ein bisschen mehr Einsicht in die Schaltung. Also wenn wir jetzt hier nur so trocken mal eine Schaltung durchrechnen, dann hat man, naja, die Kompetenz erworben, diese Schaltung rechnen zu können, aber über die Schaltung noch nicht so richtig viel gelernt. Wenn Sie aber das in der Schaltungssimulation noch mal machen, die Parameter variieren und hier und da mal gucken, dann lernen Sie über die Schaltung eine Menge mehr. Können wir nur leider oder zum Glück vielleicht auch nicht in der Prüfung abfragen. So, dann Mathematikprogramm. Das ist eine Figure. Das ist so ein, da finden Sie auch zum Octave eine Anleitung dazu. Das ist so ein Mathematikprogramm. Was ich jetzt zum Beispiel hier machen könnte, ist x gleich, naja, sagen wir doch mal, x ist irgendein Vektor von 0 bis 10. Das würde man so machen, dann kriegen Sie da eben die Zahlen von 0 bis 10 in Einserschritten raus, als x. Und wenn Sie jetzt x² rechnen wollen, dann machen Sie einfach x Punkt hoch, heißt das hier, also Punkt hoch heißt elementweise quadriert und dann kriegen Sie eben da die Quadratzahlen raus. Sie können sich das anzeigen lassen, Plot x, x Punkt hoch Quadrat und kriegen dann hoffentlich eine Kurve, die auch Ihrer Vorstellung entspricht. So eine Parabel daraus. So, das kann man natürlich ganz wunderbar verwenden, wenn man so ein bisschen mal Schaltung hat, Ergebnisse von Schaltung schon mal ausgerechnet hat und dann irgendwie gucken möchte, was passiert denn in einem Spannungsteiler beispielsweise, wenn ich die eine Widerstandsgröße ändere. Dann würde man die eine Widerstandsgröße eben einfach ändern und könnte sich dann hier eben die geteilte Spannung oder den Strom oder was weiß ich was anzeigen lassen. Ist aber klar mathematikbasiert. Also alles, was Sie mit Zahlen machen können, können Sie damit auch machen, während das andere richtig Schaltkreis-Simulationen sind. Ja, das ist auch Free and Open Source. Gibt es über die GNU Homepage, also GNU Octave ist das Schlagwort dazu. Es gibt dazu eine professionelle Variante. Das MATLAB, das sieht sehr, sehr ähnlich aus, das werden Sie schon gemerkt haben. MATLAB und Octave sind auch hochgradig kompatibel miteinander. Das Einzige, was bei den beiden nicht kompatibel ist, ist der Preis, denn das kostet, dieses MATLAB kostet, wenn Sie in der Industrie sind, ein paar tausend Euro die Lizenz und das Octave kostet nichts. Aber es gibt auch qualitative Unterschiede zwischen den beiden. Das Octave hat zum Beispiel keine GUI-Möglichkeiten, MATLAB hat. Octave ist langsamer, also einige Algorithmen sind langsamer und nicht gar so gut wie in MATLAB. MATLAB ist auch echt ein bisschen älter schon. Jo, und Sie als Studenten kriegen das sogar über die Landeslizenz für umsonst. Also ich weiß nicht, ob Sie es schon automatisch haben oder ich weiß momentan noch nicht aus dem Kopf, wo Sie es beantragen könnten. Aber wenn Sie einen Bedarf haben als Student für MATLAB, dann können Sie das kriegen für umme. Also sparen Sie sich da ein paar tausend Euro. Für das, was wir hier tun und so mal eine Kurve plotten und so weiter, ist Octave gut genug. Also ich kann Sie nur darin bestärken, wenn Sie da mal Zahlenwerte irgendwo ausgerechnet haben, wenn Sie was ausprobieren wollen, mal eine Schaltung gucken wollen, ob irgendein Ergebnis plausibel sein kann, nutzen Sie das. Das kann auch Gleichungssysteme lösen. Das ist die eigentliche Stärke von dem Programm, wirklich Gleichungssysteme zu lösen. Also verwenden Sie es mal, lernen Sie das mal ein bisschen kennen. Wie gesagt, so Einführungsvideo zu dem Ding habe ich auch auf die Homepage gestellt, finden Sie aber auch eine ganze Menge im Netz. So, und da hatte ich noch einen. Das ist, jetzt können Sie auch runterladen, ist aber im Wesentlichen webbasiert. Wo muss ich hin? Dann gehen wir mal da hin. Und zwar gibt es da einen Java-Programmierer. Der hat so Applets gemacht, also hier fallstart.com. Große Klasse, ich zeige Ihnen nur eins davon. Also es gibt eine ganze Menge da, was Sie durchs ganze Studium begleiten könnte. Ich muss nur finden, Analog Circuit Simulator Applet. Hoffen, dass es funktioniert. Ja, funktioniert. So, hier können Sie jetzt Schaltungen vorwählen, Grundschaltungen beispielsweise, Ohmsches Gesetz. Zack, so, da haben Sie zwei Widerstände. Mal oben. Spannung angelegt. Zwei Widerstände mit unterschiedlicher Größe. Man kann das vielleicht nicht richtig lesen. Der eine, der linke hat 100 Ohm, der rechte hat 1 Kilo Ohm. Und dann fließen hier entsprechend 15 Milliampere, 5 Milliampere. Und das Ganze ist auch noch ein bisschen animiert. Eigentlich macht es ja keinen Sinn, die Animation. Weil, wenn Sie den Arbeitspunkt haben, wenn Sie wissen, wie groß der Strom ist, dann wissen Sie eigentlich alles über die Schaltung. Da muss man keine Animation mehr dazu packen. Aber es macht es natürlich so emotional so ein bisschen besser begreifbar. Und ist eigentlich auch ganz schön. So, deswegen hat er hier noch so eine Animation mit dazu gepackt. Sie können auch eigene Schaltungen hier reinpacken, indem Sie, naja, erstmal gibt es eine ganze Menge schon hier drin. Gemischte Widerstandsschaltungen. Da kann man auch Schalter schließen und öffnen. So, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Also, und was Eigenes könnte man machen, indem man einfach sagt, eine neue Schaltung möchte ich haben. Und dann packt man sich hier den Widerstand hin. Packt sich da das Ground hin. Packt sich meinetwegen hier noch eine Spannungsquelle ran. Ich kenne die Tastenkürze, deswegen ist das vielleicht ein bisschen, hoppsa, gerade ein bisschen schnell. Ich brauche noch ein Wire. So, und schon ist die Schaltung fertig und schon wird sie simuliert. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, im Ostsee anzeigen. Und dann, gut, da passiert jetzt nicht viel, weil es eine Gleichspannung ist, nicht? Dann zeigt er mir hier natürlich die Spannung und Strom hier an dem Punkt an. So, es kann man auch abspeichern. Es ist ein bisschen, es ist so ein Hobbyprodukt. Ist aber eigentlich so eine ganz coole Sache, wenn man mal so eine Schaltung hat und die eben auch besser verstehen möchte. So. Das kann man sich nur darin bestärken. Gucken Sie da mal rein. Machen Sie da mal was mit. Wer kannte jetzt schon Schaltkreissimulatoren? Eins, zwei, drei, vier. Mit was haben Sie gearbeitet? Auch LTSpice? Also LTSpice ist sehr weit verbreitet. Da ich ein großer Freund von wirklich Free- und Open-Source-Software bin, tendiere ich so ein bisschen mehr zu dem Kux. Aber das ist halt auch Geschmackssache, nicht? Gut, so. Dann. Machen wir da erstmal Schluss.